Weiter geht's mit dem Popkultur-Wochen-Talk mit Kritiker Stefan Mesch und Kulturjournalistin und Designerin Ingrid Wenzel. Ja, Ingrid, du hast uns auf das Thema immersive Ausstellungen gebracht, also Ausstellungen, in die man eintauchen kann, mit allen Sinnen erlebbar sollen die sein, also auch mit Video und Ton. Ich verklue dich einzuladen zu einer bescheidenden Ausstellung. Alles, worum ich dich bitte, ist eine ehrliche und aufrichtige Meinung. Das soll also Frida Kahlo darstellen, wie sie sich die Macher der Ausstellung in Berlin offenbar vorstellen, mit diesem mexikanisch-spanischen Akzent. Das ist ein bisschen merkwürdig für meinen Geschmack, aber da sind wir natürlich schon mittendrin. Ingrid, was hat es auf sich mit diesem Trend? Ja, also der kommt immer mehr. Das ging schon vor ein paar Jahren los. Natürlich durch Corona war dann kurz Pause mit den Ausstellungen. Aber es gibt immer mehr von diesen immersiven Ausstellungen. Unter anderem sind das dann Wanderausstellungen, wie Frida Kahlo, die ist jetzt gerade in Berlin, sagtest du. Aber zum Beispiel in Dortmund gibt es dann einen festen Ort für diese immersiven Ausstellungen. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass an der Wand ganz viele Projektoren hängen und dann die Kunstwerke, die es schon gibt und die man sich auch einfach Museum anschauen könnte, dann ja mit einer Lichtspektakelshow auseinandernehmen. Und meistens gibt es auch noch, wie der Ton gerade, meistens viel Musik, manchmal erklärender Ton. Aber das Ganze ist, ja, ich sag mal, so wie Instagram zum Anfassen. An sich ja nicht schlecht, die Idee. Also man will das zugänglich machen und wenn man eben die Bilder auch tatsächlich nicht immer da hat, die hängen ja nun wirklich nicht immer in der Stadt, wo man gerade ist, dann kann man sich die Projektionen anschauen. Der kleine Haken vielleicht, sagen wir mal aus traditionellerer Sicht, dass das eben vielleicht oberflächlich ist und man einfach in die Tiefe des Werks nicht eintauchen kann. Aber hören wir erst mal, Stefan, was hältst du von diesen Ausstellungen? Oh Gott, ich bin selbst isoliert. Ich habe das Haus nicht verlassen seit vier Jahren. Das heißt, ich gehe gerade nirgendwo hin. Ich weiß, dass ich neulich extrem wütend wurde, weil es gibt so einen Autor, der eigentlich ganz gute Bücher schreibt. Und dann hat er aber ein Geschäft für Ziegenkäse-Kosmetik eröffnet, also so eine Lifestyle-Marke für das das Oprah-Publikum, Josh Kilmer Purcell. Und auf der Instagram-Seite seines Ladens hat er gesagt, okay, er hat jetzt vor dem Laden eine Bodenkachel eingelassen und auf der Bodenkachel steht Ideal Spot for Selfies. Das heißt, wenn man dann dahin reist, muss man sich genau dahin stellen, damit man die Fassade des Ladens am besten im Blick hat. Und sowas macht mich immer, also da bin ich zu individualistisch, dass ich sage, ich will doch nicht dasselbe Foto machen, was vor mir schon 600 Leute gemacht haben. Also ich freue mich, wenn so Leute zum Beispiel nach Disneyland gehen und jedes Ding, das sie da zu essen kaufen, irgendwie halt kleine Mickey-Maus-Ohren hat oder einen schönen Effekt oder so. Also ich verstehe die Idee zu sagen, wir machen was so, dass es halt wirklich schön ist zu fotografieren. Aber umgekehrt würde ich da, glaube ich, kein Handy mitnehmen, wenn ich da reingehe, weil da kommen ja dann eh nur dieselben Bilder raus, die halt jeder andere da schon vor mir gemacht hat. Also ich glaube, ich bin kein Fan. Also man muss das ja auch nicht unbedingt bedienen. Die Frage ist ja, ob man sich da nicht einfach auch berieseln kann und ob die Frage halt mit allen Sinnen, ob das eben der Trigger ist, der sich vielleicht am Ende auch auszahlt und mehr Zugang verschafft. Ingrid, wie siehst du das? Ja, mit allen Sinnen. Das ist so ein Buzzword. Was heißt das? Also ich kann mir mit allen Sinnen ein leibhaftiges Gemälde anschauen. Ich muss mich aber darauf einlassen. Ich muss eine Eigenleistung bringen. Und diese immersiven Dia-Shows mit Musik und Tamtam. Ja, gut, da werden mir Van Goghs Sonnenblumen, da werden mir die ockerfarbenen Blütenblätter halt von der Projektion um die Ohren gehauen. Und ich kann es fotografieren. Aber ich habe keine Eigenleistung als Betrachter und damit gar keinen Moment, mich mit dem Kunstwerk auseinanderzusetzen. Das ist meine Kritik. Aber trotzdem die Menschen, die vielleicht sonst nicht mit Kunst, die nicht ins Museum gehen würden, weil sie abgeschreckt sind von dem weißen Würfel, von da, wo die Bilder drin hängen oder auch, weil sie keinen Zugang finden, weil die Kunstvermittlung nicht gut genug ist. Und wenn man die Menschen dort erreicht, dann ist das natürlich trotzdem positiv. Das spielt schon fast ein bisschen in unser nächstes Thema rein, das da heißt Infantilisierung. Also, dass man im Grunde genommen alles mit Spaß und Spiel auch aufbereiten muss, damit es überhaupt noch zugänglich ist. Ja, ich bin da auch, ist ein zweiständiges Schwert. Wahrscheinlich müsste man einfach mal eine Studie anstellen, was die Leute wirklich mitnehmen an Inhalten von diesen Ausstellungen. Und ob es nicht einfach klüger ist, eben dieses Gemälde tatsächlich auf sich wirken zu lassen. Ja, vielleicht andererseits, also einen monetären Aspekt hat es natürlich auch. Also Museen haben ein Interesse daran, dass sie publik werden mit solchen Shows, dass die Fotos überall viral gehen. Da gibt es allerdings so eine spannende Ausstellung, die schief gegangen ist. Ja, also total schief. Die Wonka-Ausstellung, ich glaube, die war in Großbritannien. Vielleicht sollte man diese Geschichte nochmal zum Besten geben. Ja, genau. Also, es gibt natürlich immersive Ausstellungen, die sich mit Frieda Kahlofank, auch Gustav Klimt, immer mit den schönen Bildern beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch immersive Ausstellungen, wo es rein um den Konsum oder auch um nicht künstlerische Themen gibt. Oder halt um Willy Wonka, diesen fiktionalen Schokoladenhersteller. Und in Glasgow, in Schottland, gab es eine angeblich immersive Ausstellung zu Willy Wonka, um die 40 Euro das Ticket. Da sollte man eintauchen, neben Schokobrunnen, durch eine Fantasielandschaft, spazieren, begleitet von Umpa Lumpas, den kleinen Helferlein. Und die Realität war dann eine Mehrzweckhalle mit Sichtbeton, paar traurig rumstehenden Gummibärchen und Postern an der Wand. Und einem Umpa Lumpa einer Frau, die das ausbaden musste, die dieses schlechte Management ausbaden musste. Die Kinder haben geweint, Besucher haben die Polizei gerufen und das ging viral und sie ist viral gegangen. Und sie wurde ein sofortiger Insider-Joke, ein sofortiges Meme. Und das ist total spannend, dass etwas so schlecht ist, dass es halt wieder gut wird und viral geht. Trashig also. Vielleicht, wenn man das einfach mal weiterdenkt, abgesehen von diesen völligen gescheiterten Versuchen, aber wenn man es eben professionell macht und da gibt es ja auch genügend Beispiele für, dann kann man sich auch fragen, was der nächste Schritt ist. Also eben diese, ja, ob man dann eben tatsächlich noch reingehen muss. Und Stefan, vielleicht für dich in der Selbstisolation ist das ja vielleicht dann auch eher interessant, ob man das dann eben online so aufbereitet, dass es nicht mehr nötig ist, da hinzugehen und das immersive Erlebnis trotzdem zu haben. Also wie würdest du das weiterdenken? Könntest du dich dafür erwärmen? Ach Gott, nee, da gibt es zwei Sachen. Zum einen habe ich noch nie so eine Oculus Rift ausprobiert oder so. Also ich kenne die Videos immer nur im Browser. Das würde ich schon gerne mal sehen, wie gut das mittlerweile ist. Genau, ja, also einfach so eine Daten, wo man nicht halt den Kopf drehen kann, dann so ein ganzes Panorama habe und dann praktisch durch die Bilder laufen kann oder so. Das ist ja relativ häufig mittlerweile und scheint auch ganz gut zu werden, wenn dann Leute sagen, sie haben alles aus der Sicht von einem Vogel gesehen und denen ist richtig schwindlig geworden. Und zum anderen liebe ich halt diese Idee, dass man Sachen ja auch mittlerweile hoch oder runter drehen kann. Also bis hin, dass zum Beispiel ganz viele Schreibende um mich rum sowas sagen wie, oh, sie wünschen, sie hätten einen Regler in einem Roman, wo man sagen kann, weniger Adjektive oder mehr Naturbeschreibung oder so. Und sowas für Bilder hätte ich auch voll gern. Also das muss es ja jetzt irgendwann relativ bald geben, dass ich in einem Super Mario-Spiel oder so sagen kann. Ich will das jetzt lauter oder ich will die Farben ein bisschen, keine Ahnung, also solche feineren. Also praktisch, ich muss nicht mehr sagen, Willy Wonka ist mein Ding, sondern irgendwann sind wir, glaube ich, so weit, dass ich sagen kann, wenn ich mir eine Schokoladenfabrik vorstelle, dann möchte ich die aber so, wie ich mir die wünsche, bitte mehr Steampunk und weniger Wichtel oder so. Darauf freue ich mich schon. Und das wird auf jeden Fall kommen. Ja, das denke ich auch. Genau, ja, Ingrid, vielleicht hören wir uns ja auch Ausstellungsmacher zu und nehmen das als Anregung, wer weiß. Ja, solange es immer eine künstlerische Eigenleistung dabei ist, also solange man nicht einfach nur reproduziert und einfach nur die Augenbrauen von Frida Kahlo jetzt vermarktet im Museumsladen, sondern man kann ja mit diesen immersiven Ausstellungen ja ganz viel digitale Kultur kritisieren, den endlosen Fluss von algorithmischen Videos, die uns ins Handy gespielt werden, könnte man dort kritisch betrachten. Aber ich hoffe, dass das auch bald noch mehr kommt.